Achtsamkeit ist ein Begriff aus der buddhistischen Psychologie, mit dem wir uns heutzutage immer mehr anfreunden. Wir entdecken in unserer westlichen Kultur, dass die rasante Entwicklung der Technik unser Leben so sehr beschleunigt und verfremdet, dass es leicht aus den Fugen gerät. Wir brauchen einen inneren Ausgleich, der uns erlaubt, konstruktiver und weniger gesundheitsschädlich mit den Herausforderungen unseres Alltags umzugehen. Achtsamkeit bringt diesen Ausgleich. Wir unterwerfen uns nicht mehr gedankenlos unseren Gewohnheitsmustern. Achtsame Körperwahrnehmung und Meditation helfen uns, die Begleiterscheinungen von Stress genauer zu spüren. Dadurch können wir früher die Reißleine ziehen und Schluss jetzt sagen. Mehr Achtsamkeit bewirkt auch mehr Verantwortung für eigenes Handeln. Wir üben tatsächliche Erfahrung, inneres Erleben und die Interpretation davon zu unterscheiden. Wir lernen, hohe Anforderungen optimistisch anzunehmen und dafür zu sorgen, dass wir regelmäßig Zeiten von entspanntem Nichtstun genießen. Mit kontinuierlicher Achtsamkeitsübung entsteht der innere Raum, in dem wir uns bewusst entscheiden, wie wir mit schwierigen, ebenso wie mit glücklichen Lebenssituationen klug umgehen. Dieses Hörbuch vermittelt Ihnen einen Überblick über die vier Grundlagen der Achtsamkeit und lädt Sie ein zu alltäglichen Achtsamkeitsübungen. Achtsamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist gefordert. Praktisch gesehen geht es bei den leeren Buddhas um das Training des Geistes. Ein gut trainierter Geist ist ruhig, klar und bewusst. Er lässt sich nicht von Wünschen, Begierden, Ablenkungen und Täuschungen in alle möglichen Richtungen ziehen. Die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit macht jede Erfahrung reicher und lohnender. Wenn man aufmerksam ist, lebt man im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft. Die Meditation schärft den eigenen Fokus und bietet uns Einblick in unsere Motivationen und unser Verhalten. Überdies richtet sie unser Augenmerk auf den höchsten Preis, die Befreiung. Achtsamkeit als Forscherhaltung. Achtsamkeit ist eine Forscherhaltung. Zu den ersten Entdeckungen gehört, dass der Blick nach innen uns bereichert und uns eine üppige Auswahl an Möglichkeiten zu denken und zu handeln eröffnet. Achtsamkeit ist keine weltabgewandte Haltung mit engen moralischen Anforderungen. Ganz im Gegenteil. Sie ist eine intensive Erkundung des Lebens, die den Blick nach innen richtet und so zur Ergänzung und Erweiterung unserer Möglichkeiten im Außen beiträgt. Wir sind es gewohnt, schnell zu urteilen, einzuteilen in mag ich und mag ich nicht und unsere Aufmerksamkeit sofort dem nächsten Reiz zuzuwenden. Deshalb ist es am Anfang schwierig, konzentriert zu bleiben und einfach nur wahrzunehmen. Doch mit der Zeit finden wir immer mehr Spuren, die zu unserem Inneren führen. Das ist sehr interessant, weil wir nach und nach viel über uns lernen. Dass wir dabei auch unsere Schwächen entdecken, macht es zwar nicht immer einfach und erfordert manchmal auch viel Mut. Doch dran zu bleiben lohnt sich und hilft uns so zu akzeptieren, wie wir sind und echtes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wer sich entdeckt, sich seiner selbst bewusst wird, der beginnt auch freundlicher mit sich und anderen umzugehen. Achtsamkeit in Bezug auf das Denken heißt nicht, dass wir unsere Gedanken loswerden müssen, sondern dass wir lernen, mit ihnen geschickt umzugehen. In der buddhistischen Tradition üben wir uns darin, den denkenden Geist zu möglichst klarem und sinnvollem Denken zu bringen. Natürlich müssen wir denken, planen, organisieren. Wir müssen schöpferisch denken und uns Dinge bildlich ausmalen, was im Buddhismus ebenfalls als Aktivität des Denkens gilt. Umsichtiges Denken ist eine wertvolle Gabe. Unsere Gedanken geben uns die Richtung vor. Sie bringen uns Einsicht, Unterscheidungsvermögen und klare Analyse. Sie verbinden uns mit dem Leben um uns herum. Wenn wir im Herzen ruhen, dann können wir das Denken auf weise Art nutzen. Wir können auf heilsame Weise planen oder organisieren. Der Schlüssel zum weisen Denken ist, die Energie hinter den Gedanken zu spüren. Wenn wir darauf achten, werden wir merken, dass bestimmte Gedanken aus Furcht entstehen, aus dem Gefühl unseres begrenzten Selbst. Diese Gedanken führen zu mehr Anhaftung, Härte, Aggression, Angst sowie Gefühlen der Wertlosigkeit oder Unterlegenheit. Die Auswirkungen dieser Emotionen spüren wir sowohl im Herzen als auch im Körper. Wenn wir dieses Leid bemerken, können wir uns entspannen, atmen und die Identifikation lockern. Mit diesem Gewahrsein öffnet sich der Geist und wird handhabbarer. Wir machen eine Pause und kehren zu unserer Buddha-Natur zurück. Dann können wir denken, planen und uns Dinge bildlich vorstellen, weil wir dies aus einem Zustand der Gelassenheit und der Güte heraus tun. So einfach ist das.